mamy flichter ein betrifft 3 ich kann die superman durch die gegend fliegen und eine knarre in der hand ist das nicht totalemazing nein irgendwie habe ich es geschafft in den heli einzusteigen und irgendwie ich habe auf dem journey drauf und bin noch gleichzeitig im heli drinnen ich probiere wieder rein zu kommen jetzt wird drin ich schießen und dann plopp bin ich wieder draußen fliegen Like Superman auf dem Helikopter rum Ich würde das jetzt gerne von außen sehen Das muss so Hoffentlich kann ich aussteigen, ich höre Rakete auf mich zu fliegen Komm, komm, komm Oh, es hat geklappt Ich hätte mich so gerne auf dem Heli liegen sehen Das muss doch so übelst witzig ausgesehen haben Entschuldigt, dass ich keine Musik angemacht habe Das ist so spontan passiert Ich habe nur zu meinem Kumpelbecks geschrieben Schnell, halt den Heli, ruhig und sieh zu, dass wir nicht abgeschossen werden Ich will das aufnehmen Dann legen wir noch ein paar Minien Und dann ziehen wir ganz schnell wieder hiervon ab Weil hier ist Die Feindbase Scheiß Feindhelikopter Glück haben Ich probiere gleich mal Ah, ne, er fliegt weg, den treffe ich nicht Unmöglich Unmöglich, ich hätte mich so gerne auf jeden Fall auf diesem Heli gesehen Das muss so Warum jetzt mit dem Dicken Bam, bam Und What the fuck Ist da ziemlich knapp an mir vorbei Da sind Feinde Auf jeden Fall spontan aufgenommen Entschuldigt auch, dass ich keine Musik angemacht Das ist nicht möglich mehr gewesen In der Hektik, wie ich das jetzt gerade Machen musste Rechner starten, Aufnahmen an Schnell noch das ZZ einstecken Und das mal aufnehmen kann Ich probiere es jetzt Ah, da ist er Du mieser, kleiner 509 Ich kann Deinen Namen leider nicht aussprechen Ich hätte mal lieber bei C bleiben sollen Hätte ich ein paar Punkte gekriegt Ich wollte lieber sicher gehen, dass wir nicht erschossen werden So, es sieht echt scheiße für uns auf Eigentlich wollte ich die Zukunft wieder gar nicht aufnehmen Aber das Aber lohnt es halt Und jetzt sehen wir zu, dass wir irgendwas Voll übel machen Wir wollen jetzt ja hier nicht so Puke Langeweile 300 Meter Sprint machen wir heute Schneller, schneller, schneller In unter 20 Sekunden müssen wir die machen Oh, da leuchtet was auf mich Ach, da Das war ein Sniper Ich habe ihn jetzt gar nicht gesehen Er hat sich perfekt eingetan in der Dunkelheit Hey, ganz ruhig Ganz ruhig Er hat einen unruhigen Abzugsfinger Oh, scheiße, oh, scheiße Ich habe ihn nicht So, jetzt Komm mit der Drecksrecks Bam Hitmark Bam Hitmark Bam Tot Yeah Die Drecksrecks Hat überhaupt Null die Schlagskraft Und, äh Ja Weiter geht's Die Spawnbake auch stammt von mir Ich habe die da mal gesetzt gehabt Die war direkt dann bei der Feindbase Bis jetzt wurde sie noch nicht entdeckt Das ist pretty, pretty good Und da Frissementrakete, Wichser Hä Noch einer Hat sich da keiner mehr da Keiner mehr dran im Auto Freundchen, ich habe dich gesehen Lulululululululu Lululululululul Jetzt hab ich dich voll zum Tum Richtig Oh, Drecks, Drecks Können wir nichts mit anfangen Oh mein fucking Gott Das war der gleiche Typ wie eben im Tunnel schon einmal. Sein fucking Level 11 und seiner fucking A91. Ach, da bin ich jetzt das zweite Mal über den Haufen geballert und habe sich ins Video geschlichen. Diese Sau. Oh. Oh, ich glaube, das ist hier nicht gut zu liegen. Ich bin hier weg eigentlich. Aber wenn ich jetzt wegrenne, werde ich hier bestimmt erschossen. Watch out. Da hinten sind welche. Ich habe es genau gesehen. Da ist... Ist das ein Panzer? Ich sehe ihn gar nicht. Nichts gesehen. Weiter. Schnell Minen hier wieder hinlegen, falls irgendwas rausdüßt. Ascheinend wurden sie das letzte Mal entdeckt. Irgendjemand wird schon reinfahren. Das ist ja meistens so. Irgendeiner wird es schon schaffen. Was? Granate? Wo? Nichts gesehen. What the fuck? Er stand da ja noch. Eben stand er da doch gar nicht. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. What the fuck? Sein Scheiß T90. Eben war er da gar nicht. Ich bin noch da eben hingelaufen und habe geglotzt. Was kommt davon, wenn man live aufnimmt. Fucking unawesome. Da hat man nur die Hälfte der Concentration über. Ich weiß gar nicht. Was machen wir jetzt? Mal Minen legen oder gucken, wo der abgefuckte T90 ist. Das ist so eine richtige Let's Fail Runde. Die Runde ist sowieso unsere Scheiße schon die ganze Zeit. Einzige Gründe, warum ich aufnehme. Ich fliege wie Superman, Leute. Zaun gemessert. What the fuck? Kugeln fliegen. Hier ist ein Auto neben mir. Aber er hat auf mich geschossen. Er hat mich nicht getroffen. Ich nehme erst mal eine Granate. Nimm zwei. What the fuck? Immer diese Gestörten, die an einem vorbeilaufen. Und ich dann einen Herzeninfarkt erleide. Du hast aber nicht Playboy-mäßig genommen. So jetzt zu der Sache, die ich gerade machen wollte. Frismorrakete. Ja, ja. Da hat einer die gleiche Idee wie ich mal wieder gehabt. Hier ist irgendwas. Schieß mal mit der Rakete dran. Ich kann nicht hier irgendwo durchschießen oder... Kann ich auch nicht wegmessern. Super toll. Total toll. Das müsst ihr euch immer sagen, wenn ihr sterbt in einem Spiel. Jedes Mal, wenn ihr sterbt, dann sagt ihr einfach total toll. Und dann ist es gar nicht so schlimm. Diesmal, oder? Halt doch mal da, wenn ich auf dich schießen will. Ist er jetzt abgeschmiert? Nein? Doch. Er hat sich selbst terminiert. Oh, oh, oh. Weg, geh weg. Du hast Becks umgebracht, du mieses Schwein. Das lasse ich nicht bieten. Ich bin die ganze Zeit nur hier bei zig. Hallo, mein Freund. Wo kommst du denn her, Garand? Ist mir ja vor allem nicht ins Messer gelaufen. Ich höre mal diesen Scheiß hier, der regt mich schon. Jetzt ist er abgeschwitzt. Irgendwas ist direkt vor mir, rechts neben dem Sandhaufen da. Irgendwo da sitzt er. Oh, oh. Kommt er denn schon wieder her? Er hat doch wieder Minen ausgelegt gehabt, aber hat er so wieder gesichtet. Stirb, stirb. Nein! Wie kann... Er sieht mich nicht. Mein fucking Gott, Alter. Ihr seid doch alle... Augen offen halten. Ich habe den feindlichen Soldaten... Scheiße. Gottverdammt, war das ein Fail. Habe ich damit nicht gesehen. Und wenn doch, wäre das... ...nicht so gut. Das ist ein fucking Panzer. Okay, endlich weg von mir. Stirb. Stirb alle. Luli, luli, luli. Stirb, stirb. Jetzt geht es an den Panzer ran. Hier haben wir noch zwei fucking Small-Raketen. Das reicht niemals um den T-90. Der Bolz. Und da ist noch einer. Ich habe... Oh, ich habe nichts gesagt. Nein! Ich habe noch was in meinem Bildschirm. Reinrense. Das ist mehr jemand von mir. Goddammit! Goddammit! Mit deiner Scheiß! F2000 hat er richtig reingelegt. Aber eine Spawnbaker hat die ganze Runde bis jetzt überlebt. Das ist mal erstaunlich. Weil die steht eigentlich da, wo sie immer steht. Und wir verlieren gerade echt scheiße Haus hoch. So, ich probiere jetzt wieder Zäh einzunehmen, wie ich es die ganze Runde hier versucht habe. Mein Team hat es in der ganzen Zeit nicht geschafft. Irgendwie die anderen einzunehmen. Da war schon wieder was. Ich habe es genau gesehen. Und yeah! Dein Team hat verloren. Wie geil! Total toll, ey! Das ist... Total scheiße eigentlich. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Und hat ein wenig Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.